Noch mal? Aha, was ist jetzt, als war es zu filmen? Nee, noch mal, nee, ganz am Anfang. Toll, funktioniert nicht, gell? Ich guck nicht mal in die Kamera, das ist doof. Ich guck nicht mal in die Kamera, das ist doof. Was mit dem? Mit dem Outfit oder nicht? Jetzt wollen wir erst mal in die Halle gucken gehen. Wollen wir mal gucken? Oder? Ja. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier lassen. Ja, mitnehmen. Okay, okay. Das ist einfach eine ganz wahnsinnig geile Musik. Noch mal, nicht so extrem. Nicht so extrem, ja. Mein Gott. Und? Das ist einfach eine ganz wahnsinnig geile Mucker. Nein! So, aber mit Musik. Okay. Jetzt sind wir hier fertig, ich zieh mich jetzt um. Ó! Ich kundake! Nicht damit! Nicht, nein. Kannst du, nein, ich k bitch. Outfiti ein间ier, 끊SEN. Disease lineaier bei ebenen Kontakte. Ja, genau. tid aus Excel. Lava ist ein sehr starkes Projekt. Lava ist ein sehr starkes Projekt. Die CD heißt Lava, weil die Musik auf irgendeine Weise mit Neabel zu tun hat. In Neabel gibt es natürlich den Vesuv und seine Lava. Lava kann poetisch sein, wenn man sie nachts aus der Entfernung fließen sieht. Und sie kann aber auch eruptiv sein. Lava ist ein sehr starkes Projekt. 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 Lava ist ein sehr starkes Projekt.